Hallo und willkommen zurück auf PlayStation Info und Abonnieren nicht vergessen. So die Bombe ist geplatzt. Sony hat heute eine aufregende Ankündigung gemacht. Die neue PlayStation 6, eine Konsole, die nicht auf herkömmliche Stromquellen angewiesen ist. Die Konsole soll über Solarpanels aufgeladen werden und ist damit umweltfreundlicher als jede andere Konsole auf dem Markt. Wir BI Sony sind stolz darauf, die PlayStation 6 vorstellen zu können, sagte der CEO von Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan. Die Zukunft der Gaming-Industrie muss nachhaltiger sein und wir glauben, dass die PlayStation 6 ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist. Die PlayStation 6 wird mit einem Set von Solarpanels geliefert, die einfach aufgestellt werden können, um die Sonnenenergie aufzufangen und die Konsole aufzuladen. Eine volle Ladung soll für bis zu 10 Stunden Spielen reichen, bevor sie wieder aufgeladen werden muss. Die Konsole soll mit der neuesten Technologie ausgestattet sein und eine hohe Leistung bieten, vergleichbar mit der PlayStation 5. Spieler können auf der Konsole alle aktuellen und zukünftigen PlayStation-Spiele spielen. Wir haben hart daran gearbeitet, sicherzustellen, dass die PlayStation 6 den hohen Standards entspricht, die unsere Fans von uns erwarten, sagte Mark Cerny, der leitende Architekt der PlayStation 6. Ich denke, dass Spieler begeistert sein werden von der neuen Möglichkeit, ihre Spiele umweltbewusst zu genießen. Die PlayStation 6 wird voraussichtlich im Sommer nächsten Jahres erhältlich sein und wird für einen Preis von 666 Euro angeboten. Die Ankündigung der PlayStation 6 hat BI-Spielern weltweit für Aufregung gesorgt und viele sind gespannt darauf, die neue umweltfreundliche Konsole in Aktion zu sehen. Wir sind gespannt, wie sich die neue Konsole auf dem Markt behaupten wird und ob sie das Zeug dazu hat, die Zukunft der Gaming-Industrie zu beeinflussen. Ich habe fertig Ihr Osterhasen.